Geetsche Kirschke, meine Dünnfahrer Rüsing. Wir sind hier bei Marianne Roth zu Hause und wir grüßen uns ja seit einiger Zeit und ich möchte auch Marianne um ihr Grußwort bitten. Ja, guten Tag. Heute grüße ich Sie, grüße euch ganz herzlich. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Marianne Roth, wohne in Dünnhauptstraße 60a und gehöre in dieser Corona-Zeit wohl zu der Risikogruppe. Aber mir geht es gut, ich darf zu Hause in meiner Wohnung sein, umgeben von Kindern und Enkeln und Urenkeln. Leider zur Zeit immer auf Abstand. Wir erleben in diesen Wochen etwas Fremdes, vieles, was uns Angst macht, auch wenn um uns herum die Sonne die Natur in aller Schönheit erstrahlen lässt. Jeden Tag liegt diese Ungewissheit auf unseren Schultern, wie sich wohl alles entwickelt und ob wir jemals diesen unsichtbaren kleinen Feind besiegen können. Da hat dieser kleine Feind die Kraft, alles zu zerstören, die Gesundheit, die Familien, die Schulen, den Beruf, die Wirtschaft weltweit und vor allem, was wird aus unseren Gemeinden. Schon wochenlang dürfen wir uns nicht treffen, nicht zusammen singen, wir dürfen nicht zusammen beten, nicht Gottes Wort im Gottesdienst und in den Gruppenstunden verkündigen. Ist wirklich alles so hoffnungslos? Nein, dreimal nein. Wir haben Gottes Wort. In aller Freiheit dürfen wir darin lesen, so oft wir wollen. Und es gibt immer eine Antwort, jedem persönlich, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Heute ist Donnerstag, der 4. Juni 2020. Und für diesen Tag gibt es uns die Herrenhuter Losung das Wort aus 1. Samuel 17, Vers 45, wo es heißt Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Wir kennen diesen Vers aus der Geschichte, wo David den Riesen Goliath besiegt. Voller Angst starren alle Menschen auf die gewaltige Gefahr, die da leibhaftig vor ihnen steht. Auch wir haben Angst vor diesem winzigen Virus, den wir so gar nicht sehen können. Und was macht David? Er verlässt sich voll und ganz auf den lebendigen Gott und mit den Waffen, die er kennt, die ihm vertraut sind, eine Schleuder und einige kleine Steine. Damit geht David auf das Ungeheuer los und er besiegt es. Und was sind unsere Waffen in diesen Monaten der Angst und der Unsicherheit? Wir haben Gottes Wort. Gottes Wort ist schärfer als das Schwert des Goliath. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das schreibt der Apostel Paulus an seinen jungen Freund Timotheus und das gilt auch für uns. Wir dürfen auch mit den Gaben, die wir kennen, die uns vertraut sind und die in unseren Möglichkeiten stehen, den Kampf gegen die Angst aufnehmen. Gott gibt uns die Kraft dazu. Gott schenkt uns den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist füllt uns mit Liebe, mit Ideen, wie wir zusammenstehen und uns gegenseitig stärken können. Wir haben die Freiheit, zu telefonieren und wir können schreiben und was das Allerbeste ist, wir dürfen beten. Am Tag und in der Nacht und weil es mir persönlich beten so unendlich wichtig ist, möchte ich dazu einladen, euch der Gebetskette anzuschließen, die ich vor mehreren Wochen angeregt habe. Jeden Vormittag zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr bringen wir gemeinsam alles, was uns an diesem Tag und in dieser Zeit bewegt, vor den lebendigen Gott, hier in unseren Gemeinden, in Dünn und auch weiter im Kirchenkreis Lennep. Bitte schließ dich an, bete mit. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So steht es im Jakobus 5, 16. Also, zwischen halb neun und halb zehn bist du zum Beten eingeladen. Nun grüße ich noch alle, die Jungen und die Senioren, die Konfirmanden, die Mütter und die Väter und auch alle, die sich um kranke Angehörige kümmern und alle, die um einen lieben Menschen trauern in den letzten Wochen. Ich grüße euch mit den Versen aus dem Psalm 34. Diesem Psalm verfasste David, als Gott ihn wieder aus großer Not errettet hatte. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er erhöhte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Also, Vielen Dank.